Diese Marketing-Schablone haben sich über 1000 Handwerksbetriebe in den letzten Wochen angefordert und wir wollen jetzt einmal zeigen, warum, was da drin ist und wie dein Marketing für dich aussehen kann. Viel Spaß dabei! Es geht in diesem Video um unsere beliebte Marketing-Schablone und was verbirgt sich jetzt hinter dieser Marketing-Schablone? Wir haben natürlich seit den letzten fünf Jahren, würde ich sagen, intensives Marketing gemacht für Handwerksbetriebe und da über 1000 Kundenprojekte begleitet und umgesetzt. Und daraus haben sich natürlich gewisse Erfahrungen, gewisse Learnings ergeben und diese Learnings, diese Erfahrungen, wie kannst du eigentlich Kundenanfragen für deinen Handwerksbetrieb generieren, das haben wir hier in dieser Marketing-Schablone zusammengefasst. Wie kannst du also für deinen Betrieb eigene Anfragen in deinem eigenen Namen generieren über das Internet? Das steht in dieser Marketing-Schablone. Ja, Alex, wollen wir mal durchgehen, würde ich sagen. Das ist wirklich komplett Marketing erklärt. Also es geht im ersten Schritt, ich zeige jetzt nicht alles in die Kamera, aber du kannst dir den Nachgang kostenfrei downloaden. Die Marketing-Schablone wurde jetzt, wie gesagt, schon über 1000 Mal, ich glaube sogar schon mehrere tausend Mal angefordert die letzten Wochen, weil es einfach super beliebt ist, weil die Leute halt wissen wollen, wie geht eigene Werbung, weil die Leadpreise günstiger sind als bei Portalen und weil es einfach Spaß macht. Und ich sage mal, was man erfahren wird, wir gehen jetzt Schritt einfach mal durch, was hier so drin ist. Also hier geht es damit los, für wen ist diese Schablone eigentlich, dann wer wir sind und dann geht es auch schon los mit Content. Und hier wird wirklich alles erklärt, hier wird erklärt beim Marketing, was der Unterschied zwischen Push- und Pull-Marketing. Zum Beispiel, was ist besser, Google, Facebook, TikTok, Instagram. Das, was hier halt erklärt, dass du für dein eigenes Unternehmen, weil Marketing ist immer individuell, wenn du es gut machen willst, ist es individuell. Und um diese Individualität zu wahren, haben wir gesagt, okay, wir machen diese Schablone und erklären hier, welche Möglichkeiten es gibt, sodass du dir das selber raussuchen kannst. Ich würde noch einmal erklärt, das siehst auf so einer Grafik, wie genau sieht ein Werbeanzeiger aus vernünftig. Und dann geht es hier weiter. Dann wird erklärt, wie läuft eigentlich der Vertriebsprozess ab, nachdem sich online eine Anfrage eingetragen hat, wie das aussieht. Wie funktioniert es im Hintergrund mit dem Tracking? Also Tracking bedeutet, wie kann ich messen, woher welche Anfrage kam? Auch das ist super relevant, wenn du das nicht weißt, dann hast du zehn Bilder online, eins funktioniert, du weißt nicht welches. Du musst die anderen neun, die nicht funktionieren, auch bespielen, damit du überhaupt das Ergebnis bekommst. Und das ist halt nicht so zielführend. Und dann kommt das Coolste, das Herzstück. Das Herzstück der ganzen Beschreibung. Wir haben nämlich, wie gesagt, wir arbeiten mit über tausend Fachbetrieben zusammen, also Handwerksbetrieben wie deinem. Und wir haben für die zehn größten Branchen, wirklich mal für jede Branche, drei Werbeanzeigen. Das wird der Rassenech jetzt hier. Drei Werbeanzeigen, die jetzt gerade real wirklich funktionieren und gute Anfragen bringen, hier reingepackt. Natürlich ist das Unternehmen immer so, ja, ausgebildert, unkenntlich gemacht, genau. Genau, aber nicht nur Beispiele, sondern eben auch mit Erklärungen. Mit Erklärungen. Also hier zum Beispiel wird erklärt, an der Stelle macht es Sinn, lokalen Bezug einzubauen. Hier werden nämlich diesen Vorteil eingebaut. Hier ist eine klare Handlungsaufforderung. Hier, was das Bild auszeichnet. Also siehst du an der Seite diese Sachen, das ist zu jedem einzelnen Branche, das ist halt beschrieben. Ich gehe mal die Branchen kurz durch. Wir haben einmal Terrassendächer, wir haben einmal Bäder, wir haben hier Küchen, Fenster, Haustüren, PV-Anlagen, Zäune, Pools, Heizung, Wärmepumpen und Galabau. Das sind die zehn Branchen. Also merkt schon selber, da ist für jeden was dabei. Also es gibt wirklich ganz wenig Handwerksbetriebe, die nicht mindestens eins dieser Produkte hier irgendwie haben. Und das Coole ist halt immer ein Bild, wo wirklich erklärt wird, wie in der Branche der Aufbau sein muss, damit es funktioniert. Einfach aus der Erfahrung. Und dann noch zwei andere Bilder, die beispielhaft dann auch funktionieren gerade und das ist halt mega cool. Also du kannst direkt diese Sachen dann nutzen. Klar, bitte nicht die Sachen eins zu eins kopieren, weil da ist Copyright und so von uns drauf. Aber du kannst natürlich die Dinge dich inspirieren lassen. Gucken, wie funktioniert denn die Logik und das will ich nutzen. Dann geht es weiter. Das ist natürlich noch nicht alles. Erstmal hat Marvin dann hier noch ein Video gemacht. Das geht über eine Stunde. Das kannst du dir kostenfrei anschauen. Einfach hier ist ein QR-Code drin. Und da erklärt er genau nochmal psychologisch, wie diese einzelnen Werbeanzeigen aufgebaut sind. Also das ist wirklich inhaltlich, kriegst du vom Marketing absolute Top-Wissen, was über die letzten fünf Jahre im Handwerk entstanden ist, einfach mit. Jetzt innerhalb von kurzer Zeit. Ja, kostenloses Videotraining. Genau, weil unser Ziel ist am Ende ja, dass sich das Handwerk wieder lohnt. Warum machen wir es überhaupt? Damit sich das Handwerk wieder lohnt. Und jeder Handwerksbetrieb muss dieses Know-how kennen, damit er sich nicht mehr unter Preis verkauft. Damit er genug Anfragen hat, seine Pipeline gut zu füllen, seine Auslastung zu sichern. Und damit er auch genug Anfragen hat, um den Preis durchsetzen, den er durchsetzen möchte, damit er seinen Leuten genug bezahlen kann, dass das Handwerk wieder Sinn macht. Und dafür machen wir das Ganze. Dafür ist auch diese Broschüre da, die Schablone, deswegen geben wir die auch kostenfrei raus. Dann geht es weiter. Hier wird erklärt, wie so ein Eintragungsprozess dahinter aussieht, weil die Werbeanzeige ist das eine, aber die Leute müssen sich auch noch melden bei dir. Also das ist auch ganz wichtig. Wie sieht der aus? Was ist da ganz wichtig? Was muss dazukommen? Und dann, worauf es ankommt, wenn es um das Thema Targetierung geht. Also wie wähle ich die richtigen Leute überhaupt aus, dass das funktioniert? Weil du kannst ja im Internet auch dafür sorgen, dass deine Werbung zum Beispiel nur in deiner Region ausgespielt wird. Also du kannst sagen... Nur in bestimmten Teilen in der Region. Genau. Wenn du in Hamburg bist, dann willst du vielleicht nicht über den Fluss fahren, weil das sind zwei Stunden Zeit dann für fünf Kilometer mehr. Sowas kannst du halt ausschließen von Anfang an. Und dann geht es weiter, was halt vertrieblich noch wichtig ist, wie das grundsätzlich abläuft. Und wie du halt noch deine Werbeanzeigen noch weiter verbessern kannst. So, das ist der Inhalt der Broschüre. Also das ist wirklich alles von aufsetzenden Werbeanzeigen, psychologisch, wie die Werbeanzeige funktioniert, Beispiele, bis hin zur tatsächlichen Schaltung und danach dem Vertrieb, der dahinter kommt. Und das ist, ja, auch irgendwie, wie gesagt, unser Ziel, dass fürs Handwerk das Ganze halt wieder Sinn macht und dass jeder Handwerker diese Schablone hat. Und dieses Wissen vor allem hat, dass die Schablone ist erstmal egal, das Wissen aus der Schablone hat. Und dann auch versteht, wie kann es dein Betrieb vermarkten. Und selbst wenn du es nur schaffst, ein paar Prozent daraus mitzunehmen, dass du dann nur, keine Ahnung, ein paar Anfragen mehr im Monat bekommst. Das sind trotzdem wieder ein paar Euro, die du mehr nehmen kannst pro Anfrage oder pro Auftrag. Und das ist dann trotzdem schon wieder eine andere Möglichkeit, wie du auch deinen Leuten mehr bezahlen kannst. Oder auch in andere, ja, ich sag mal, weitgehendere Maßnahmen investieren kannst. Aber damit geht alles los. Deswegen jetzt unser Appell, hol dir diese Broschüre kostenfrei, kannst direkt an dem Video machen. Und, ja, sichert dir das Ganze, weil, ja, die anderen werden es auch tun. Und ich meine, unser Ziel ist, dass irgendwann jeder dieses Wissen hat. Und dann ist es auch für alle fair und dann haben alle auch den gleichen Vorteil. Und, ja, in dem Sinne würde ich sagen, supporte das Ganze gerne, indem du das Ganze teilst, dass auch mehr Leute sich das holen. Teile auch gerne die Seite von der Broschüre, dass es mehr Leute sich holen können. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Hau rein. Ciao.